Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie man ganz einfach bei Ebay-Kleinanzeigen Sachen einstellen kann, inserieren kann, die man zu verschenken hat. Das Ganze ist nämlich relativ einfach und zwar gehen wir dafür auf Inserieren. Wichtig, ihr müsst natürlich angemeldet sein. Ich bin jetzt hier auf meins, ich bin da ganz normal angemeldet. Dann drücken wir auf Inserieren, zack und dann kommen wir hier hin und hier drücken wir auf den Preistyp einfach einmal auf zu verschenken. Fertig. Hier beim Preis können wir dann im Prinzip 0 machen oder einfach gar nichts angeben. Also hier zu verschenken einfach, zack, braucht man da eigentlich nichts weiter angeben. Falls ihr euch damit weiterhelfen konntet, sehr gerne ein Like und Abo da lassen. Würde mich extrem freuen, euch kostet es nur eine Sekunde und dann würde ich sagen, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich bin damit raus und bis zum nächsten Mal.